Hallo Fans, seht euch einfach dieses Statement von Gregor Kobel an, aber zunächst einmal, wenn sie ein treuer Fan von Borussia Dortmund sind und mehr Informationen wie diese möchten, empfehle ich, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Da ich alle Neuigkeiten verfolge und sie hier aus erster Hand auf dem laufenden Hals sind, zurück zum Thema, nach dem 1-0-Heimsieg gegen Wolfsburg meldete sich Gregor Kobel zu Wort. Schauen Sie sich die Stimmen aus dem Spiel an, Gregor Kobel, in Der Mixed Zone, es war eine solide Leistung, eine sehr dominante Leistung. Wir haben es geschafft, über 90 Minuten die bessere Mannschaft zu sein. Es gab sicherlich Spiele, in denen wir mehr große Torschancen hatten, aber wir hatten viel Kontrolle im heutigen Spiel. Da war immer eine Spielstation. Und wir haben vorne so viel Qualität, dass wir immer gefährlich vorankommen. Es ist nicht immer möglich, alles zu verteidigen, aber im Allgemeinen haben wir sehr wenig zugelassen. Wir waren gut. Dran den Ball und gewann die Zweikämpfe. Damit Sie keine Informationen wie diese mehr Flecken hinterlassen, hinterlassen Sie ein Like auf dem Video, damit YouTube weiterhin Videos für Sie teilen kann. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Damit Sie keine Neuigkeiten von unserem Team bemerken. Und das ist eine Umrüstung und ein Abschied.